Einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch. Da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück. Heute haben wir viel vor. Wir sind gerade im Sassnitz, im Yachthafen. Das seht ihr wahrscheinlich im Hintergrund. Schön zu gucken. Später wollen wir dann zu den Kreidefelsen. Wollen mal den neuen Königstuhl, den Ausguck, da ein bisschen unter der Lupe nehmen. Mal sehen. Da werdet ihr dann natürlich auch Videos bekommen. Ich denke mal aus dem Hafen bekommt ihr auch noch Videos. Von ein paar Schiffen oder so. Muss man mal sehen. Und abends geht es dann zu den Störtebäcker-Festspielen. Da wird es auf jeden Fall auch noch was geben. Wie gesagt, ich hoffe immer ihr versteht mich, weil es ist doch ziemlich windig. Aber ich denke mal, hier haben wir schöne Schiffe im Hintergrund. So eine alte Kutter. Und jetzt wird so ein bisschen ruhiger. Und wie gesagt, ich melde mich wieder. Sag bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Gotts? Macht? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, den Sassnützer Hafen haben wir hinter uns gelassen. Jetzt sieht es aus, als ob wir hier irgendwo in Thüringen sind. Aber nicht an der Ostsee. Jetzt geht es zum Königsstuhl. Einmal quer durch den Wald. Und ich denke mal mit der atemberaubenden Aussicht, dass sich das Ganze dann mal unkommentiert. Und dann genießt ihr einfach mal. Ich hoffe immer, dass die Aussichtsplattform am Königsstuhl offen ist. Ansonsten nochmal den ganzen Weg bis dahin umsonst gelaufen. Aber wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR